Wenn es schnell gehen soll, kommt es immer wieder zu Verletzungen der Mitarbeiter oder zu Beschädigungen der Ware. Die verbreitete Technik, die Verpackung vor sich zu halten, um mit dem Messer den Schnitt in Richtung des eigenen Körpers zu führen, ist die häufigste Ursache für ernsthafte Verletzungen. Diese Situation hätte bei dem Kunden auch zu schweren Verletzungen führen können. Kleine und große Fehler passieren jeden Tag und führen oft zu vermeidbaren Unfällen. Herkömmliche Messer lassen Fehler in der Anwendung zu und erhöhen so das Risiko für Mitarbeiter und Kunden. Die Frage heißt doch, was kann ich tun, um dieses Risiko zu minimieren oder gar auszuschließen, damit nicht jeder Fehler gleich zu einem Unfall führt? Die Konstruktion des EasyCut 3000 basiert auf einem automatischen Klingenrückzugmechanismus, der durch Bestätigung der Bedientaste am Griff bei Beginn des Schneidevorgangs aktiviert wird. Verlässt die Klinge nach erfolgtem Schnitt das Packstück, schnappt das Messer automatisch in den Korpus zurück. Das neue EasyCut 3000 sorgt dafür, dass aus Fehlern keine Unfälle werden. Die Klinge fährt nach automatisch in den Griff, sobald der Schneidevorgang beendet ist und schützt so aktiv vor Verletzungen des Mitarbeiters. Und das sind Sekundenbruchteile. Das EasyCut 3000 spürt, wenn die Klinge abrutscht oder der Schnitt beendet ist und zieht die Klinge trotz gedrückter Bedientaste sofort in den Griff zurück, um Verletzungen zu vermeiden. Durch Lösen und erneutes Drücken der Bedientaste fährt die Klinge wieder für den nächsten Schnitt heraus. Das manuell einstellbare EasyCut 3000 Kantenschutzsystem kann von Rechts- und Linkshändlern verwendet werden und ermöglicht so eine kontrollierbare Schnittführung bei Topschnitten. Das bedeutet doppelte Sicherheit. Sowohl Schutz der Führhand vor Verletzungen als auch Schutz der Ware im Karton. Das Klingenrückzugssystem des EasyCut 3000 verhindert zudem jeden Kontakt zwischen Hand und Klinge. Das EasyCut 3000 ist aktive Unfallverhütung und bietet nachweislich Sicherheit. Zwölf Millionen verkaufte EasyCut in der ursprünglichen Ausführung in den letzten fünf Jahren sind ein Beweis für Wirksamkeit in der Reduzierung von Unfällen durch Cuttermesser. Neben vielen anderen Kunden ist das EasyCut für die größte Handelskette der Welt seit drei Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Unfallverhütung in den Filialen und Logistikzentren. Das neue EasyCut 3000 mit integriertem Sicherheitssystem, welches den direkten Kontakt zwischen Klinge und Mitarbeitern nicht zulässt, ist eine Weiterentwicklung des originalen EasyCut und bietet jetzt noch mehr Sicherheit. Die Klinge fährt sofort zurück in den Korpus, wenn der Schnitt abgeschlossen ist und verhindert zu dem Kontakt zwischen Hand und Klinge. EasyCut 3000 lässt Sie und Ihre Mitarbeiter bei der Unfallverhütung nicht alleine. Möchten Sie auch nicht, dass Fehler zu Unfällen führen? EasyCut 3000 kann Ihnen dabei helfen. Der einzige Weg, um herauszufinden, wie effektiv EasyCut Fehler und damit Unfälle vermeidet, ist der Einsatz in Ihrem Haus. Gerne zeigen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern vor Ort, wie EasyCut 3000 Aktivverletzungen und Schäden an der Ware vermeidet. Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da. Immer. Wir sind für Sie da. Immer.